Guten Morgen und willkommen beim nächsten Vortrag aus dem Segment OpenStreetMap. Ich hatte ja schon angekündigt, es sind die Urgesteine von OpenStreetMap in diesem Track unterwegs. Und hier haben wir den ältesten Mapper in Deutschland. Ich glaube, ich bin der älteste Mapper in Deutschland, soweit wir das feststellen konnten. Und so wie das ist, man fragt immer die, die länger dabei sind, wie meppt man eigentlich richtig? Hat er sich gedacht, okay, machen wir jetzt einen Vortrag davon. Herzlich willkommen beim Vortrag von Christopher Lorenz. Ja, vielen Dank für die Einleitung und die Deklaration des ältesten Mappers Deutschland. Es können sich ja noch welche melden im Saal, die noch älter sind. Keine. Ja, gut gemeint, schlecht umgesetzt ist so ein kurzer Überblick, was ich so als Mapper gesehen habe, wenn ich immer irgendwas arbeite, Auswertung an Adressen machen oder einfach mal so irgendwo was mappe, wie das Ganze, ja, was einem da so an Schönheitsfehlern auffällt, wo so Fehler entstehen und will mal so halt so die Neulinge beziehungsweise auch mal die Eilt eingesessenen so ein bisschen darauf hinweisen. Wenn man was mappt, bitte mal auf diese kleinen Punkte achten und wie gesagt, gehen wir mal die ganzen Punkte durch. Erstmal definiere ich mal so ganz kurz, was ist überhaupt ein Fehler, Schönheitsfehler, worum geht es und zeige dann so aus den verschiedenen Blöcken so Beispiele, was man so falsch machen könnte, wo mal Fehler auftreten, warum die auftreten oder wo man einfach mal drauf schauen sollte, wenn man was mappt bei bestimmten Fällen, was dort ist. Wie gesagt, Importe gehe ich dann darauf ein und zum Schluss, wie vermeide ich Probleme beziehungsweise ich habe hier einen Fehler gefunden, wie löse ich das jetzt, ohne das einfach jetzt hier zu ändern beziehungsweise zukünftig die Fehler zu vermeiden. Ja, was ist ein Fehler? Ja, Fehler ist kurz und knapp, wie in Wikipedia beziehungsweise in Wikipedia zu finden ist, Abweichung vom optimalen Zustand oder eine schadhafte Stelle, also irgendwas, wo zum Beispiel der Router nicht routen kann oder solche Informationen sind fehlerhaft oder Schönheitsfehler, so nach dem Motto, ja, kann man so machen, funktioniert auch in der Technik, ist aber halt ein bisschen kompliziert, würde ich jetzt hier meinen Untertitel, den ich hier gewählt hatte, Schönheitsfehler, so abbilden. Ja, die Fehlerquelle kann natürlich unterschiedlichen Ursprungs sein, also Ursprung ist die Fehlerquelle und was genau. Zum einen kann es der Mapper sein, der einfach was falsch verstanden hat, was falsch eingegeben hat oder auch die Software, also es gab auch mal den Fall, ich glaube, das war ganz am Anfang vom ID-Editor, dass er bei bestimmten Bearbeitungen wirklich die Relation kaputt gemacht hat an einigen Stellen. Wie gesagt, kann auch vorkommen, dass wirklich die Software mal Fehler macht und nicht nur der Mensch als solches, weil, wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, das ist eigentlich ganz normal, bewusst oder unbewusst, gibt es halt diese zwei Kategorien. Kommen wir nur zu den Beispielen, also wie gesagt, mein erster Beispielblock ist Benennung von Objekten. Habe ich hier mal so ein schönes Beispiel rausgesehen, wo ich sage, irgendwas stimmt hier doch nicht. Wie man sieht, der Parkplatz wurde als Netto-Parkplatz deklariert, aber die Zufahrt heißt hier Pluszufahrt. Habe ich natürlich schön über die Historie von OSM rausgekriegt, ah, dieser Netto, der dort unten zu sehen ist, das war ursprünglich mal ein Plus gewesen, ja, den Parkplatz hat man auch umbenannt, aber man hat jetzt irgendwie vergessen, die Zufahrt da umzubenennen. Wo ich mir die Frage stelle, ist diese Zufahrt jetzt wirklich als Name zu sehen? Guckt man mal ins Wiki rein, dann sagt, wie sagt der deutsche Artikel zu Names, also beziehungsweise dieser Artikel, wo die ganzen Namen drin sind, ja, alles was einen Namen hat. Also ich war jetzt da nicht selbst vor Ort gewesen, aber ich gehe davon aus, dass da kein Namensschild oder kein Straßennamensschild als solches steht. Es ist viermal eine Beschreibung und Beschreibung gehört für mich in Description. Also ich würde das definitiv an dieser Stelle rausnehmen. Muss ja nur jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise wenn ich den Netto-Parkplatz umbenenne, dann auch die Zufahrt entsprechend mit umbenennen. Hier habe ich mal so einen kurzen Überblick. Wo schreibe ich jetzt was hin, beziehungsweise was sagt das Wiki dazu? Also Name ist erstmal der, wie ich sage, offizielle Name, also Straßennamen, wenn die entsprechend deklariert sind. Oder halt alternative Namen, es existieren mehrere Namen. Es gibt auch den alten Namen, also wenn jetzt Straßen umbenannt werden oder Sonstiges. Es gibt auch vom Namen her unterschiedliche, wie gesagt, da kann sich ja der Sven irgendwas dazu sagen, wenn er möchte, der guckt mich schon so komisch an. So nach dem Motto Lokalisierung, die verschiedenen Sprachen, die man noch einbinden kann. Wenn man sich da ein bisschen näher einlesen möchte, gibt es natürlich den Artikel, den ich vorhin schon angesprochen habe, im Wiki von OSM, den Names, wo zu finden ist, wie kann man Namen an Straßen oder an Objekten ranpacken. Dann komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, Description, das ist eine Beschreibung für den Nutzer, beziehungsweise für die Anwendung, die angezeigt werden kann, zusätzlich als Hinweis für Objekte. Also ist wirklich für den Endbenutzer als solches. Dann haben wir noch ein Node, das ist der Hinweis für den Möpper. Also wenn ich jetzt irgendwas geändert habe, zum Beispiel der Straßenverlauf, den habe ich geändert, auf allen Satellitenbildern, die man öffentlich in OSM nutzen kann, stelle ich fest, da ist irgendwie noch die alte Straßenführung drin. Da würde ich jetzt hier zum Beispiel in Node für andere Mapper, damit mir die das nicht wieder sagen, oh, das Satellitenbild sieht aber anders aus, darauf hinweisen, dass das Satellitenbild nicht aktuell ist und sich da was geändert hat, beziehungsweise ich weiß, dass da ein Fehler ist, dann würde ich definitiv in FixMe was reinschreiben und sagen, hier stimmt irgendwo was nicht, beziehungsweise auf der OSM-Seite könnte man dann entsprechend ein Node setzen. Kommen wir zum zweiten Block. Kompliziert geht immer. Mit meinen Beispielen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier aus dem JOSM-Editor so ein schönes Beispiel genereller Zugang. Das ist angezeigt so nach dem Motto, darf ich hier reinfahren, darf ich hier nicht reinfahren, habe ich hier mal auf Privat gesetzt, würde mir als solches reichen. Bei vielen Neulingen habe ich das gesehen, oh, hier gibt es was einzutragen, was mache ich hier? Oh, zu Fuß komme ich hier auch nur privat rein mit dem Fahrzeug. Die tragen dann wirklich in diesen Editor hier zum Beispiel, JOSM oder in ID gibt es auch mehrere Felder, füllen die einfach alle Felder aus und es wird irgendwann unübersichtlich, wenn man irgendwas bearbeiten will, obwohl eigentlich überall die gleiche Information drin steht. Daher sollte man, wie in dem Beispiel bei Access, darauf achten, Access gilt für alles. Also mehr oder weniger ist das Übergreifende und wenn ich jetzt so eine Abweichung habe, dann ist sie einzutragen, zum Beispiel mit Pferd darf ich hier nicht rein, aber generell habe ich hier kein Problem. Bei anderen Sachen wie zum Beispiel One-Way oder solche Sachen sollte man dann zum Beispiel darauf achten, also wenn wir jetzt mal andere Tags haben als solches, dass man entsprechend die Standardwerte beachtet. Was ist Standard, wenn ich hier eine Straße definiere, dann ist Standard halt One-Way No als solches. Also wie gesagt, da sollte man dann drauf achten. Dann habe ich noch vom Frederik, der da gerade interessiert tippt, noch so ein Beispiel rausgesucht, den er mal im Forum angesprochen hat, die Bounderitis. Hier gibt es zwischen Frankreich und Deutschland eine wunderschöne Grenze, beziehungsweise ist das ja auch mitten durch den Rhein gezogen, ein Weg. Hier sind wirklich 29 Relationen dran, wo man sich wirklich fragt, ist das alles überhaupt relevant, was hier eingetragen werden muss oder kann hier einiges rausfliegen? Wie gesagt, wenn hier jemand dran arbeiten will, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass hier irgendwo Fehler entstehen beziehungsweise bestehende Relationen kaputt gemacht werden. Also es ist selbst für erfahrene Mapper manchmal sehr komplex. Also selbst Autobahnkreuze, da ist es dann ähnlich, da gehen dann verschiedene Buslinien lang, da gehen dann Europastraßen als Relation durch und so weiter. Da sitzt man ja wirklich schon Minuten, Stunden, teilweise an wirklich komplexen Relationen dran. Und wie gesagt, wer sich zu diesem Thema noch belesen möchte, habe ich hier mal den Link mit in meine Präsentation eingebaut. Wie gesagt, kann man sich durchgucken. Dann aus meiner näheren Umgebung verwirrende Hausnummern. Also wer hier genau hinguckt, stellt fest, die Hausnummer 4 ist da links oben, dann kommt die 2 und dann kommt wieder die 4. Die Straße heißt aber Poststraße und unten sieht es irgendwie genauso ganz komisch aus. Da haben wir die 5, die 1 und was haben wir da noch? Das sehe ich nämlich nicht. Das könnte die 3 oder sowas sein. Die fehlt da irgendwie noch. Wie gesagt, die Hausnummer 4, die ist irgendwie doppelt und die Reihenfolge ist irgendwie total durcheinander. Da habe ich dann wirklich eine ganze Weile gebraucht. Wie gesagt, in der Realität, wie gesagt, die ist auch immer nicht einfach rauszufinden, wo gehört denn jetzt was hin. Ja, irgendwie habe ich dann rausgefunden, wie gesagt, ich hatte dann auch Anwohner gefragt, wo gesagt, nee, ich komme ja auch nur so durch, ich weiß ja auch nichts weiter. Wie gesagt, dann habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass an dieser Stelle, wenn ich hier mal mit der Maus, dass an genau dieser Stelle eigentlich eine komplett andere Straße anfängt, aber wie gesagt, die fängt hier auf der linken Seite mit 1 an, endet hier mit 5 und hier fängt sie wieder mit 1 an und auf einmal macht das irgendwie Sinn, dass hier dann 4, 5, 1, 2, 3, 4 die Straßen dazugehören. Also wie gesagt, da muss man ja wirklich gucken, wo gehört irgendwelche Information hin. Das ist dann vor Ort immer nicht einfach. Das Gleiche gilt für Schilder. Hier Straßenschilder, wo man sagt, irgendwie sieht das hier so ein bisschen selbst gebastelt aus, das Schild, beziehungsweise hier sitzt auch die Firma, das hat wahrscheinlich die Firma einfach gemacht, um hier ein bisschen Werbung zu machen, aber nein, es ist wirklich in dem Fall wirklich ein offiziell im Straßenverzeichnis, das Verzeichnis der Straße, die so heißt, soweit ich weiß, irgendwie die Firma war insolvent oder die gibt es nicht mehr oder hat es sich umbenannt. Werde ich im Sommer mal gucken, wie das an der Straße wieder aussieht, ob sich das Straßenschild geändert hat oder irgendjemand das Ding einfach weggeflext hat oder sonstiges. Wie gesagt, da muss ich mal schauen. Wie gesagt, auf der rechten Seite auch, wo man irgendwie feststellt, irgendwie sieht das Straßenschild eigenartig aus. Wie gesagt, ich habe jetzt keins mehr gefunden, ich hatte auch mal irgendwann welche gehabt, wo Schreibfehler in den Straßennamen drin sind beziehungsweise wo an jedem Ende der Straße irgendwie eine andere Schreibweise dran war, wo ich denke, wie viele Leute haben hier dran gearbeitet. Wie kann so etwas passieren, dass ein Straßenschild wirklich an jeder Straßenecke anders aussieht? Wie gesagt, wer es hier nicht gesehen hat, also da steht irgendwie ein großes Ende drin, dass wir es irgendwie klein gemacht haben. Ich weiß nicht, wer sich diesen Spaß erlaubt hat, auf der Gegenseite sieht es aber genauso aus. Also hat sich irgendwie jemand mal einen Spaß erlaubt und wie gesagt, das existiert schon Jahre so, ich habe noch keinen darauf hingewiesen. Mal gucken, wie lange das Ding dann noch steht, wahrscheinlich bis die Straße umbenannt wird. Oder der Weg. Heute früh auf dem Weg hierher auch eigenartige Straßenschilder. Es gibt ja für die maximale Höhe eigentlich ein standardisiertes, rundes Schild mit Höhe maximal 3,5 Meter. Wie gesagt, das ist ein offiziellen Verkehrszeichenschild und wie gesagt, das habe ich an der Poppelsdorfer Allee gefunden. Da bin ich schon dreimal vorbeigelaufen, wo ich denke, irgendwie sieht das aber eigenartig aus. Da fragt man sich auch, wie bringt man das jetzt in den OSM rein? Das ist ja nur eigentlich keine offizielle Höhe. Also ich hatte mich mit Roland auch schon unterhalten. Also sinnig wäre es wirklich zu sagen, die maximale Höhe 3,5 Meter, weil würde ich hier mit einem LKW in Höhe 5 Meter oder sonstiges reinfahren, habe ich hier ein Problem. Komme ich hier rückwärts. Also ich weiß nicht mehr, ob das jetzt eine Einbahnstraße war oder nicht. Wie gesagt, habe ich noch ganz flix eingebaut, diese Grafik. Fragen bitte nachher. Ja, wie gesagt, Realität ist auch nicht einfach. Hier mal ein Satellitenbild im JOSM. Toll. Hättest du den Notebook aus? Welcher? Ich sehe nämlich auch nichts. Tja. Das ist schön. Ja, dann müssen wir ganz schnell mal improvisieren. Dann muss ich das... Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Das ist hier wieder irgendein KDE drauf. Kann man hier auf jeden Fall klicken? Das muss ich glaube ich auch versuchen. Für zwei Menschen. Ja, das... Äh... Da umspätigt. Ja, genau. Dann... Ich habe es auch nicht gelesen. Aber irgendwo hier sind wir hängen geblieben vorhin. So, jetzt sind wir wieder bei dem Schild hängen geblieben. Wie gesagt, hier ein Satellitenbild. Jetzt sehe ich nämlich auch alles. Wo man sagt, hm, warum hat man hier nicht ganz normale T-Kreuschen gemacht? Warum hat man das so rund gezeichnet? Ja, weil in der Realität sieht es mit der Zeit schon wieder ganz anders aus. Der Bauer kommt entweder rechts oder links von seinem Feld und fährt immer in den Ort hinein. Dadurch sieht das irgendwie komplett anders aus. Wie gesagt, ich hatte auch komplett andere Fälle gehabt, ähm... Wo wirklich Wege auf Feldern umgepflügt wurden und dann komplett anderen Geometrien wieder neu entstanden sind. Da hatte ich mich auch mal mappen, wo ich denke, ich war da letzte Woche gewesen, ich bin da komplett rübergekommen, habe das per GPS vermessen, den Weg, weil der war auf dem Satellitenbild auch nicht zu sehen, weil so ein Feld hat eigentlich so eine homogene Farbe, man sieht das auf keinem Satellitenbild, hat man halt dieses Problem und der hat mir das weggemacht und den habe ich dann zufälligerweise auf dem Stammtisch getroffen, wo er sagt, ja, äh, das Ding war weg gewesen und ich bin dann danach nochmal hingefahren und habe festgestellt, die Geometrie ist jetzt auf einmal anders. Also wie gesagt, da kann man jedes Jahr den Weg wahrscheinlich neu zeichnen. Das ist, ähm, immer nicht so einfach. Dann Kategorie 4 oder Beispiel 4, also mein Beispielblock kurze Wege beziehungsweise kurze Straßennamen hier in dem Ort, wie gesagt, hat sich der Straßenname mal irgendwann von Hauptstraße in Wahldorf geändert oder Walsdorf geändert und, ja, wenn man aus entsprechenden Zoom-Leveln schaut und markiert die Straßen, die man so sieht, vergisst man ganz mal gerne so eine kurzen Stücke, das sind sicher so Pi mal Daumen 10 Meter, hier ist die Straße aufgetrennt, wo man erstmal guckt, warum ist denn die aufgetrennt, ach, von links kommt irgendwie ein Fußweg und rechts ist dann die, geht dieser dann weiter, also wie gesagt, da ist dann auch wieder eine Relation drüber, die vorhin angesprochen wurde und wie gesagt, das passiert auch gerne mal bei Autobahnen, also da sollte man unbedingt darauf achten, wenn man irgendwelche Sachen an hohen Zoom-Leveln auswählt, dass man auch komplett die Strecken auswählt. Ganz gerne wird auch Copy and Paste gemacht, ja, macht durchaus Sinn, wenn irgendwie die Häuser die gleiche Form haben oder dergleichen, wie gesagt, hier war es nicht ganz die gleiche Form, aber wie man sieht, hier auf der linken Seite haben irgendwie alles, sind irgendwie alle die gleiche Hausnummern drin, das ist wahrscheinlich so einmal angelegt und immer wieder, also da sollte man, wenn man irgendwas kopiert, aufpassen, dass man auch die Eigenschaften, die sich durchaus ändern können, das wäre hier nur die Hausnummer, wie gesagt, alle anderen, die Stadt, die Postleitzahl und ist es ein Wohngebäude oder nicht, das bleibt ja erhalten, aber man sollte auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man, wenn man irgendwas kopiert, das entsprechend dann anpasst. Auch ein sehr schönes Beispiel ist, ich muss hier mal einen Knoten verschieben und statt den Knoten erwische ich dann den Weg und was passiert, ich haue bei diesem neuen Fahrradweg auf einmal die Ausfahrt von der Autobahn irgendwie total kreuz und quer, also das muss man, wie gesagt, das sind so Sachen, wie ein weiterer Beispiel ist, ich erzeuge mir irgendwelche Inseln, indem ich irgendwelche Wege lösche und ich gucke, was hängt denn hinten an diesem Weg dran und auf einmal kann man da nicht mehr hinruten, also wie gesagt, da gibt es tausende von Beispielen, die ich gefunden habe, auch Importe, auch immer schönes Beispiel, was da so passieren kann, in dem Fall City-Fragezeichen, Hausnummer minus eins und Street None. Welchen Informationsgehalt hat das? Also ich würde sagen, null. Vor dem Import sollte man natürlich gucken, ob das irgendwie alles gültig ist, was da drin sein kann, beziehungsweise so auf Standardfehler, beziehungsweise gucken, ich muss hier mindestens drei Zeichen haben, auch gut, ich habe einen Straßenname, wo ich einfach mehrere Leerzeichen hintereinander habe, matcht natürlich nicht, wenn ich das per Hand mal irgendwo schreibe, mit der Hausnummer dann überein, wie gesagt, alles sowas habe ich gefunden. Historisches wird eingezeichnet, wie gesagt, da muss man OSM verstehen, was trage ich hier ein, da wird da gerne mal so quer über Autobahn und Schnellstraße so ein kompletter Track gezeichnet, das Navi freut sich und sagt, oh, fahre ich einfach geradeaus, die drei Kilometer und du kommst dann schon dahin, wo du willst, aber eigentlich ist das nicht so und wie gesagt, der wurde wirklich komplett über alles drüber gezeichnet und die vorhandenen Wege, die dort in dem unteren Abschnitt in dem Wald noch existierten, wie gesagt, die wurden komplett ignoriert, also einfach nur komplett drüber gezeichnet. Ich habe hier meine Info, die ist drin, fertig. Solche Sachen dann natürlich den History Tag benutzen, gegebenenfalls wirklich nur für dieses kleine Stück hier oben und da wir jetzt wenig Zeit haben, würde ich jetzt hier dieses wunderschöne Eckhaus, das irgendwie die Zuordnung ist, mal kurz überspringen, damit wir hier zum nächsten Block kommen und zwar die Zusammenfassung beziehungsweise wie sollte ich vorgehen. Also zumindest wenn ich mappen, sollte ich immer möglichst erstmal denken, dann handeln beziehungsweise sollte es ziemlich einfach halten, also dieses KISP-Prinzip so nach dem Motto, wie kriege ich die Information hier möglichst einfach rein, damit ich das den anderen Mapper nicht schwierig mache oder dass ich der Software, die das natürlich auswerten muss, durchaus mehr Performance benötigt für die komplette Auswertung. Das Wiki sollte ich benutzen, wenn ich nicht weiß, wie soll ich das eintragen oder hole mir erstmal Informationen, welche Text brauche ich denn oder welche Text sind hier sinnvoll. Denn natürlich kann ich im Forum nachfragen, Mailing-Liste, es gibt natürlich andere Möglichkeiten, es gibt noch help.osm.org, wo man auch mal eine Frage stellen kann beziehungsweise ich treffe mich mit anderen Mappern, schreibe die mal an, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben beziehungsweise suche mir Beispiele raus, wo ich sage, ja, da ist das ja schon mit diesen Fahrradknotenpunkten schon gemacht, frage ich denen nochmal, wie geht das oder ich treffe mich lokal auf den Stammtischen, die es so gibt. Bei Importe sollte man beachten natürlich den Automated Edit Code of Conduct, also vorher das in den lokalen Gruppen klären beziehungsweise auf der Import-Mailing-Liste diskutieren und wie ihr vorhin gesehen habt, die Datenqualität muss ich natürlich auch beachten und was ist natürlich schon drin. Also es nützt jetzt nicht, wenn ich, wie Roland gesagt hat, mit diesem Friseur, wenn ich Friseure importiere und ich habe auf einmal auf dem einen Punkt zwei Friseure drauf mit unterschiedlichen Namen, also da sollte man schon drauf achten. Wichtig ist natürlich auch, wenn ich jetzt Mapper bin und irgendwas beitrage, dass ich die Schenze sinnvoll kommentiere. Also ich hatte mal einen Nutzer gehabt, der hat wirklich Minus-Minus eingetragen als Schenzehnt-Kommentar, aber durchgängig über Monate und hat auf Kommentare nicht reagiert. Also man sollte eine kurze sinnvolle Beschreibung machen, man sollte angeben, wo habe ich die Daten her, um sicherzustellen, dass wirklich keine Copyright-Verletzung oder sowas ist, weil das ja nicht nur der kleine Teil ist, sondern das ganze Projekt bestätigt, beziehungsweise wenn ich jetzt in Projekten arbeite, in dem Human-Terry-Bereich wäre das dann zum Beispiel, da kann man auch Hashtags angeben, um das zuzuordnen, was habe ich da gemacht oder in welchem Rahmen ist das Ganze entstanden und natürlich sollte ich das entweder in lokaler Sprache verfassen oder vorzugsweise dann in Englisch, dass auch darauf reagiert werden kann und im Wiki gibt es dann noch einen entsprechenden Artikel. Dann, wie gesagt, gibt es natürlich verschiedene Tools, wo ich prüfen kann, jetzt bin ich hier irgendwie auf eine Taste draufgekommen, wo ich prüfen kann, so nach dem Motto, wo entstehen Fehler oder wo sind Fehler vorhanden, zum einen gibt es den Josen Validator, wo man komplett prüfen kann für einen Kartenausschnitt, wo sind hier Fehler, der prüft natürlich auch vor dem Upload, den OSM-Inspektor, der so eine Karte anzeigt, den Keep Right, der verschiedene kleine Fehler raussucht, Regio-OSM zum Beispiel für Adressen, Vergleich soll, ist, Map-Rollet, so kleine Aufgaben, wie gesagt, da gibt es verschiedene Tools, die im Wiki, unter dem Wiki-Artikel QA zu finden sind und wie löse ich, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Problem habe mit einem Nutzer, natürlich erstmal, wie ich schon gesagt habe, die Kommentarfunktion benutzen im OSM beziehungsweise in diesem Chain-Set, einfach sagen, erklär doch mal, warum hast du das gemacht oder ich habe hier irgendwie Fragen dazu beziehungsweise wenn ich ihn persönlich kenne oder sowas, kann man auch erstmal diskutieren und sagen, ja, was hast du dir dabei gedacht, ich habe das ja immer anders gemacht, dass man einfach so mal miteinander spricht und wenn man natürlich dann, wie in meinem Fall zum Beispiel, der Mapper sagt, wenn man ein Minus Minus einträgt, da muss man halt mal die Data Working Group einschalten, dass die dann den Mapper darauf hinweist und mal eine kurze Sperre reinsetzt, dass er sich mal an die Regeln, die es so in der Community gibt, die wenigen, sich daran auch hält und dann bin ich auch jetzt schon soweit fertig und wie gesagt, habe hier nochmal so ein paar Quellen zusammen gemacht, wie gesagt, der Mapper bergauf, sie hat mir das eine Foto von diesem schönen Weg jetzt geben, also danke dafür, wie gesagt, eigene Fotos habe ich eingebaut und ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und bin jetzt trotz technischer Probleme bereit für Fragen. Danke, Christopher. Fragen aus dem Publikum? Du hast das jetzt ganz zum Schluss mal nur ganz kurz angerissen, diese Qualitätssicherungstools. Dazu muss man aber sagen, dass sie auch manchmal eine Menge Falls Positives produzieren, also speziell der Yosem Validator der sagt, ja, Vorlage kenne ich nicht, aber also Knotenpunktnetze zum Beispiel, so eine Riesenliste von Fehlermeldungen und das ist natürlich, da muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht alles korrigiert, was der Anmeck hat. Ja, wie gesagt, das ist richtig, also man muss, wie gesagt, dann halt wirklich prüfen, ist das so, ist das so nicht, also zum Beispiel gibt es in diesem Keep Write Editor auch oder Keep Write Tool auch mehr oder weniger das Problem so nach dem Motto, es liegen Punkte nahe an einer Straße und wie gesagt, ich habe wirklich Fälle, wo eine Straße oder ein Parkplatzweg lang geht und von der anderen Seite kommt die Wohnstraße ran, das ist ein ganz kleiner Fußweg zwischen so von anderthalb Metern und da ist der Punkt natürlich sehr dicht an der Linie dran, dass es natürlich anmeckert in dem Fall und da muss man natürlich überlegen, ist das jetzt richtig und nicht einfach sagen, ich will diese Keep Write Karte jetzt schön haben, ich ziehe den Punkt da ran, das produziert natürlich auch neue Fehler, das ist richtig, also da muss man natürlich auch wissen, was man macht bei der Fehlerkorrektur und nicht alles, was sofort, ich sage mal, gemeldet wird, korrigieren, sondern wirklich nachlesen, was ist denn hier beziehungsweise beim JOSM-Validator, bevor ich hochlade, wenn ich jetzt, ja wie gesagt, dieses Problem, ich fasse irgendeine Relation an oder irgendeinen Punkt fasse ich an und ändere irgendwie den kompletten Weg, die komplette Relation und da prüft dann natürlich der JOSM-Editor die komplette Relation, ob da irgendwas Falsches drin ist, zum Beispiel, ich habe nur eine Straße aufgesplittet, passt die Busrelation an und in dieser Busrelation sind falsche Relationstypen drin oder Membertypes, sowas kommt natürlich vor, also wie gesagt, manchmal wo ich sage, ja jetzt habe ich keinen Nerv dazu, das noch zu korrigieren, ich habe hier nur eine Straße aufgeteilt, dann lade ich das dann auch so hoch, sind dann halt Daten so drin und ich stehe als letzter Bearbeiter drin, ja das Risiko gehe ich ein, dass da mal irgendwo ein bisschen. Okay, eine Frage denke ich, könnten wir noch? Also ich kann den Vortrag auch nochmal in Langform zeigen, also gebaut wurde der auf eine Stunde, sage ich mal so, ich habe noch viele weitere Beispiele und es sind nicht mehr alle drin. Ja, ich habe da ein übles Beispiel gehabt in den letzten Wochen mal, und zwar der JOSM, der eigentlich sehr gut mit Relationen ja umgehen kann, und zwar habe ich da eine Straße gesplitten müssen, weil eine Busrelation anders lief, also die hat praktisch die Kreuzung umgegangen, und jetzt war das so, dass in beide Richtungen Busrelationen über diese Straße liefen, dann war eine Richtung hat er richtig gemacht, also richtig einsortiert, aber die andere Richtung hat er genauso einsortiert, die war dann natürlich verkehrt, also selbst ein gutes Tool wie JOSM ist nicht perfekt. Ja, also wie gesagt, da muss man auch gucken, was die Tools zu machen, und wie ich schon gesagt habe, Fehler können auch durch Werkzeuge entstehen, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Fehlerquellen, ja. Ja, dann haben wir jetzt Mittagspause, vielen Dank nochmal an Christopher. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.